Hertha BSC spielt zum Abschluss dieser Hinrunde 0 zu 0 gegen Darmstadt. In der 90. Spielminute gab es die Ecke für ausgeführt von Plattenhardt und da war Langkamp und Esser pariert diesen Ball. Das war die beste Gelegenheit in diesem Spiel und deswegen gibt es auch nur eine Möglichkeit oder eine Chance zu sehen. Die hatte Langkamp und die parierte glänzend Michael Esser. Am Ende gab es dann keine weiteren Aktionen mehr außer diesen torlosen 0 zu 0 oder besser gesagt dieser Chance von Sebastian Langkamp, die Michael Esser pariert. Danke fürs Zuschauen.